So sollte man mein Leben untertiteln. Und du hast jetzt wieder Durst, oder? Ich habe mich mit der Realität verloren verloren. Betten im Unterschrift ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle den Erfolgspunkt, um Stufen aufzusteigen und deine Vampir-Sinne zu verbessern. Beginne mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeit. Autographie, Autophagie, da. Ich wähle die erste Stufe, Autophagie. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normale und angesammelte Schäden zu heilen. Und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampir-Fähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind. Das ist wahr. Aber wenn man ihre unnatürliche Regenerationsfähigkeit an Ende setzen kann, sind sie noch schwächer, als wir denken. Äh, also das? Nein. Doch. Du hast genügend EP, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten. Versuchen wir das doch. Bestätigen. Okay. Verstanden. Das System ist verstanden worden. Yes, Sir. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Missionen. Erreiche North Bank. Okay. Was haben wir noch? Bürgermenü. Das wird wahrscheinlich noch erzählt. Da muss ich hin. Gut. Kann ich mich vielleicht wohl ziehen? Das wäre gut. Also meiner Meinung nach, liegt hier kein Grabs mehr rum. Ja. Ich sag ja, umziehen wäre echt eine Möglichkeit. Oh, ne? Äh, Nebenwachen können durch Drücken von... Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen und die Ausdauer verbrauchen. Äh, Schocken, Drücken, oder? Oh, 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 oh. Ah. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? Ah, okay. Eigentlich nicht okay. Äh. Aua! Aua! Verbrenn dich nicht, du Sau! Aua! Aua! Komm! Ah! Ich auch. Ich werde dich jetzt machen. Aua! Aua! Endgegner! Das ist nicht möglich. Au! 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 Was machen hier? Ich springe durch! Ich springe durch! Das merkst du jetzt? So, jetzt? So, nach fast einer Stunde? Merkst du es jetzt? Ja, lauen wir mal weiter, oder? Ich bin immer noch dafür, dass wir uns losziehen. Was ist denn? Ich bin immer noch stark. South Park Bridge! Was ist das? Quarantäne. Ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche oder keine Gesundheitsbehörden betretene verlassen? Autorisiert der Angestellte der Dürfenschrift. Dieses Schriftstück. Aha! Gegen dieses... Okay, um über die Brücke zu kommen, muss ich mich als Arzt ausgeben, denn ich ja eh bin. Oder nicht? Irgendwie dieses... Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Das geht so schnell. Schließen Sie sich den Truppen an! König und Vaterland brauchen Sie! Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapfen Jungs an der Front! Ne, danke. Nicht heute. Schließen... Ja! König... Zurück. Sonst war was? Das ist eine Kiste. Ja, siehne Hecken. Ja, ja jetzt ist das wichtig. Wenn ich monem, hückelfordern konnte. Mary... Siehnein, was du aufhörte dir. Was ist die confronting? Was ist die Möge, was ist das?! Die Möge... Warte! Ja. Ich habe das... ... für das Blut. Schöne. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Es ist lockt. Es ist lockt. Ich kann nicht in. Es ist lockt. Ich kann nicht in. Die Dschmerzen von der Bühne. Ich kann jetzt kontrollieren. Woran merkt ihr, dass ich ein Spiel richtig geil finde? Ich bin ruhig. Woran merkt ihr, dass ich richtig genervt in einem Spiel bin? Ich bin ruhig. Nein, ich bin nicht genervt in diesem Spiel. Aber bei Mana war ich mir gegen Ende auch sehr wortkarg. Es ist, äh... Um zu sagen, es ist nur zu... Mit meinem letzten Let's Play zu vergleichen. Detroit Become Human ist es ganz anders als Detroit. Ja, hier habe ich auch nicht viel... Ja, voll eklig. Was will London have to say to me? Guten Tag. Können wir nicht umbringen? Ah! 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 Ah, cool. Was will ich die ganze Zeit machen? Hier hin und her switchen. Das ist, bei Batman habe ich auch immer hin und her switchen. Limehouse-Dog, stark und stabil. Yep. Entschuldigung, immer, oder? Die Augen sind sehr gut. Die Augen sind sehr gut. Es ist nicht so gut. Es ist so stark. Where has everyone gone? Was ist nicht? Das ist ne Ratte. Du hast mich verwirrt, Ratte. Ich muss besterben dafür. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich schon nörder und das da oben ist schon nörder. Dead inside. Da oben. Dead inside. Ah, da. Aber ich geh mal freilich. Ich mach mal Hisse. Neuer Unterschlupf freigeschaltet. Aber es ist ja nur ein Unterschlupf. Ich verstehe es. Ratte. Ohne Werkbank. Wollen wir nix zu machen. Kann man nix machen. Gut. Schlafen brauchen wir auch noch nicht. Da ist auch nix. Oh, doch da ist was. Wo ist das? Wo ist das? Okay. Ach was passiert. Über�? Christoph nehm Wolling? Es ist ja nur das Auschoß. Mit den raeras wie Krienden. Bis zum mal funktioniert und reざnt. Bis zum mal olsun. Huh. Das ist das Lynn äh. Versuch unsere Mª Jacket. Machs nicht so. Das äh mit was. Also beides. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, machen wir weiter Herausforderung des ZDF, 2020 Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Brina nennen Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine wahren Gefühle zu gestehen Du hast soeben einen Hinweis entdeckt Dieser enthüllt geheime Informationen über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm im Zusammenhang steht Okay Sabrina Der Teil des Bürgers Oh, okay Naja, komm Machen wir erstmal das hier At last A little life Welcome, Sir, to the Church Wars Tour Das ist eine gute Sache, dass du mich nicht sehen kannst, Mom Das ist eine gute Idee, dass du mich nicht sehen kannst, Mom Das ist eine gute Idee, Frau Guten Morgen, Sir Ich habe mich gefragt, ob ich mich für deine Hilfe Wow, du hast mir gedacht, dass du ein Bier hast Was ist hier passiert? Was passiert hier? Es ist wie alle alle in der Gefühle Du musst bist hier neu Hast du nicht gehört, dass die Gehäte? Jeder hat Angst, dass die Gehäte der Gehäte zurückgekommen Wer ist der Gehäte? Wer ist der Gehäte? Es ist ein bogey-man Ein einfaches Antwort für jeden Fall, die die Jahre zu tun Du hast jemanden gebetet? Ich habe einen Sewer-Dog gebetet, oder? Du machst es so, als ob es eine fairy-tale ist. Die Leute werden immer in die Monster glauben. Es ist leichter, als zu erzielen. Wir können alle Monster sein. Der Sewer-Dog. Hat jemand in die Bar in den letzten Mal gesehen? Ich kann es nicht sagen. Entschuldigung. Ich habe die Nacht in der Liebe zu diesem schönen Bottle. Das ist wichtig, Herr. Du bist sicher, dass niemand hier in den letzten Stunden kam? Ich weiß, dass ich hier nicht in den letzten Stunden bin. Das ist eine freie Lande. Die Leute haben immer das Recht, dass sie kommen und gehen, nicht wahr? Ich lasse dich bei Ihren Bottle, dann. Oh Gott, Herr, Sie sehen Sie wie Jonah's Whale. Ich habe dich aus der Hölle gebetet. Kann ich dir einen Drink? Nein, danke. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin ein Stuhl. Das wird eine lange Nacht sein. Warum wird es eine lange Nacht sein? Du musst dich kennenlernen, hierher. Nichts wissen Sie über die Mörder? Ich erzähle mich mehr über diese Mörder. Every Morgen, für die letzten paar Wochen, die Körper wurden gefunden. Und diese Pohr-Dog-Dog-Dog-Dog-Dog-Dog, von einer Flühe. Die Polizei hat einen Leid auf einen Begriff? Ah, sogar bevor der Ausbruch, die Koppers nie kamen hierher. Wir sind selbst. Die Leute sterben in diesen Teilen, und niemand interessiert. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Du bist in meiner Bar, Herr. Die Turquoise-Türtel. Der letzte raye der Licht, in diesem gefährlichen Teil der Stadt. Bist du nicht Angst? Angst? Angst, was? All die Schmerzen passiert, auf die Flühe, und ich nicht rausgekommen. Also, du bist alle Nacht open? Ja. Ich dachte, die Leute brauchen einen Ort, in diesen dunklen Zeiten. Ich schaue jemanden, der hier durchgebracht hat. Ich fragiere, ob du dir helfen kannst. Es ist so kalt, heute Nacht. Die einzige andere Person, die ich gesehen habe, hat er direkt in seine Wohnung. Ich dachte, dass es ziemlich verrückt ist, eigentlich. Du meinst, dass er noch hier ist? Ja. Er hat die ganze Woche bezahlt. Okay. Wer ist dieser Mann? Wie sieht er aus? Wie ist dieser Mann? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? ziemlich politisch. Ein Professor oder etwas wie das. Sie schreiben, Sie schreiben, Sie schreiben, Hat er nicht eben noch gesagt, voll unöflich? Was bist du denn für einer? Kennedy? Hallo, Sir. Sie sind gut? Sie sind gut? Wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du einfach mit mir reden. Vielleicht möchtest du mit Tom sprechen? Vielleicht möchtest du mit Tom sprechen? Er ist besser mit anderen zu sprechen. Was passiert hier? Wo ist jeder? Zu viele mitten, Sir. Erst die Epidemie. Und jetzt all diese schreckliche Mörder. Die Mörder? Was kannst du sagen über sie? Die Mörder sind in der Straße alle Morgen. Sie sind schrecklich. Sie sind schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. der Sewer-Dog ist zurück. Der Sewer-Dog? Was ist das? Keiner weiß. Die Menschen immer wieder über diese Teilen. Die Angelegen sagen, der Sewer-Dog kommt, der Sewer-Dog kommt, aber jetzt er ist in der Straße. Was hast du gehört über die Epidemie? Es ist eine Spanische Flüge. Ja. Es hat so viele letzte Sommer gewonnen. Ich dachte, dass wir das letzte Mal gesehen haben. Es sind viele Menschen sterben jede Woche. Die Angelegenheiten machen nichts? Nichts. Es gibt so viele Quarantäne-Zone in London. Es ist wirklich schwer zu gehen über die Stadt. Ich weiß ja die Hälfte eh schon, aber okay. Woher ist jeder? Die meisten Menschen sind jetzt in der Zeit. Und diejenigen, die erwarteten, tenden zu vermeiden zu gehen. Was mit den Mörderen und allem. Ich wollte nur sprechen. Ich wollte nicht sagen, ich wollte dich schrecklich machen. Ich bin kein Angst, Herr. Es ist nur, dass andere Kunden zu beschäftigen. Ich sehe nur einen Kunden. Oh. Oh, ja. Natürlich. Ich meine... Ich bin besser auf sie. Ich gehe dann. Danke. Der kommt noch hoch, aber ich will ja die Treppen hochgehen. Da ist eine Läder. Aber das waren dann die, über die wir eben gelesen haben, oder? Das ist kein Ort für dich. Pre-Wenn hat mehrere Kontrollen, um das herum herumzuhren. Sie können mich nicht. Aber sie suchen für Vampires. Und sie sind die größte Efficient. Sie werden nicht verlassen, bis der Körner hat sich identifiziert. Ich habe ein commones Objektiv, aber ich brauche... Ich denke, jemand ist eavesdrohend. Sie sind. Sie sind. Sie können gerne kommen in, wer du bist. Ich bin. Sie sind. Sie sind. Ich sage das, was der Vampire sagt. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Eine Worte mit jemandem. Das ist etwas, was ich für dich tun kann. Und wer Sie sind? Die Sitzung der Schleife Die Sitzung der Schleife Die Sitzung der Schleife Vielen Dank.